Das zehnte Türchen vom Adventskalender, die älteren Nico Speedies mit dem liebevollen Design. Wir zünden dreimal zwei, das heißt sechs Stück sind in der Packung. Kleiner Wirbel mit einer Farbe, sage ich mal. Oh, und hier der blaue war jetzt auch sehr schön, machen wir die letzten beiden. Ja, sind ganz nette Teile, machen auf jeden Fall Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.